Apfel Doktor in Blieskastel, der Ben für euch, hallo, mit einer Reparatur an einem iPhone 6s mit dem Problem No Image, kein Bild. Lasst uns einfach mal starten, ich gebe euch gleich ohne große Umschweife auf die OnHands. Zack, hier sind wir. Und ja, also, erst einmal, um euch das Ganze zu demonstrieren, gerne einmal mit unserem Labornetzteil. So, wir schließen einmal an, drücken einmal auf Start und was passiert? Wir haben einen ganz normalen Bootvorgang. Ja, das Gerät bootet völlig normal, aber man sieht nichts auf dem Bildschirm, weder, also, man sieht einfach nichts, ja. Es ist kein Backlight-Problem, es ist einfach ein No-Image-Problem. Sprich, das Gerät zeigt keinerlei Bilddarstellung, ja. Und, ähm, dementsprechend, die Platine ist noch eingebaut, ich habe nur einmal kurz vorhin den Connector abgemessen, um zu sehen, ob die PP5V7, ähm, die für Bild zuständig ist, unter anderem, ähm, auf Masse geht. Und, und das tut sie natürlich auch. So, dann gebe ich euch doch einfach mal aufs Mikroskop, hier. Und dann zeige ich euch auch das Problem mit dieser, ähm, Line, die auf Masse geht, mit der PP5V7, sprich, auf Beep-Mode. Und wir sehen, dass der zweite Pin hier auf Masse führt. Das darf er nicht. Denn Pin 2 führt auf PP5V7-LCM-AVDDH-Konnektor. Das heißt, ähm, wir brauchen 5,7V, damit das Bild dargestellt werden kann. Und, ähm, die haben wir an diesem Punkt ganz einfach nicht. Und, ähm, aufgrund dessen würde ich sagen, wir bauen jetzt einfach mal die Platine aus. Und, ähm, dann kommt die auf unser Vorheitsmodul. Und dann reparieren wir ganz einfach das Problem. Innerhalb kürzester Zeit, ja. Ich zeige euch auch jetzt hier einfach mal einen kleinen Trick, wie ihr, ähm, sofort den richtigen Kondensator, der da hinüber ist, ausfindig machen könnt. Weil es wird von 99,9 Prozent, also es wird ein Problem mit dem Kondensator sein. Sonst würde die Line wohl kaum auf Masse führen. Ja. Und, ähm, wir injizieren später einfach 5,7V am Konnektor in die Line. Und dann wird der Baustein, der defekt ist, ganz einfach warm. Das machen wir zusammen mit Eisspray. Und da ist die Sache erledigt. Vielleicht sind wir aber vorher auch schon optisch, ähm, was kaputt ist. Dann können wir uns das Ganze sparen. So einfach und schnell geht das Ganze vonstatten. Welche brauchst du denn? Meine. Schau mal, vielleicht ist es eine von denen. Ich habe keine Ahnung. So, dann gehen wir ohne große Umschweife wieder aufs Mikroskop miteinander und schauen uns mal an, was haben wir hier. Dann machen wir oben das Coating mal ab. Das ist meine. So, auf den ersten Blick muss ich gestehen, sehe ich da jetzt nichts. Ein Filter wird es nicht sein, weil die Line führt auf Masse. So, ich bekomme euch nicht schärfer, wieso. Ähm, so, dann schauen wir mal, der dritte. Der hier sieht leicht komisch aus, muss es aber nicht zwingend sein. Von daher würde ich vorschlagen, gehen wir doch die Lösung an. Ganz einfach die Platine kurz mit etwas Druckluft runterkühlen. Sorry, David. So, wir können auch nur 4 Volt in die Line reinhauen, das ist eigentlich egal. Es geht nur darum, dass wir eine gewisse Abwärme erzeugen. One Probe of Masse. Ach, da habt ihr es schon gesehen. Leider ist das schnell. So, on the point, wir gehen mal runter und schalten das Ganze auf den Bolt runter, damit wir das Ganze punktueller sehen. Ja, dann seht ihr hier ganz klar und deutlich, ach, ihr habt es jetzt hier auch gar nicht ein Bild gehabt. Sieht sehr schön aus. Kann der Andi auch mal zuschauen, da spart er sich in Zukunft die Nacheinander-Runterreiserei. Und zwar einfach hier auf Pin 2 und dann seht ihr, zack, wie genau dieser eine Kondensator schön zeigt hier an. Die kann es zuschauen. Ja, ich habe es schon gesehen. So, nochmal auf die 2 und dann seht ihr, der eine Kondensator wird warm. Das heißt, der ist am Sack, der kommt raus und das Ding läuft wieder. Ja? Ist doch schön, wenn Dinge so schnell und einfach zu lösen gehen, denke ich mir, spart man sich hier eine Menge Aufwand. Ist wieder so ein kleiner Trick aus dem Hause Apfel-Doktor, das dann ganz einfach so zu machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den einfach mit dem Lötkolben rausbekommen. Jawohl. Vorteil ist, ihr müsst nicht mit viel Heißluft hier jetzt noch arbeiten, dann können wir dieses Coating um die Konnektoren rum eventuell auch noch behalten. Und dann passt das. Hier brauchen wir jetzt einfach ein bisschen Flussmittel. Auch nicht viel. Dann ein bisschen Lot aufbringen. Dann brauchen wir einen Kondensator an dieser Stelle. Das ist ein 2,2 Mikrofarad, 6,3 Volt. 0,2,0,1. Das läuft. Ja. Gut. da war er weg da war er weg ja das ist ich löte eigentlich viel viel lieber mit heißluft aber ich denke den bereich hier oben schadet es nicht wenn man auf die heißluft verzichtet dieses pet absorbiert relativ viel von daher nehmen wir eine bisschen breitere lötspitze ich nehme mal die hohlkehle mal ein bisschen bessere wärmeverteilung ich finde dann im endeffekt doch mal noch mit etwas heiß luft an dann sitzt er einfach gleich sauberer decke mir aber die fpc hier ab dieses ständige drückt wird gerne wissen was das ist wahrscheinlich irgendwas was mein video wieder kaputt macht ab 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 So, der sitzt. Können wir da gleich noch ein bisschen UV-Soldermask drüber machen, müssen wir aber auch nicht zwanghaft. Dann würde ich sagen, ganz einfach, der Optikwillen, das machen wir aber jetzt gleich, wenn es ein bisschen abgekühlt hat, entfernen wir noch diesen Schaum, diese Überschäumung der Konnektoren, wenn es einfach hinterher sauberer aussieht, erneuern die dann auch noch mal und dann passt das. Aber jetzt zum Funktionstest ist das okay, wenn ich euch das so zeige. Das macht nichts weiter, tut der Funktion jetzt keinen Abbruch in diesem Sinne. Von daher, lasst uns gehen auf die OnHands. Ich mach das gleich. Lasst uns auf die OnHands gehen. Einfach einmal einen kurzen Test machen. von mir zu den Test-Akku, den ich gleich anschließen werde. Tada! Und wir haben wieder Bildfunktion an diesem iPhone 6s. Gleiches Spiel wie immer. Ihr dürft nicht sehen, wem dieses Gerät gehört. Vielleicht hat der Kunde persönliche Daten da drauf. Von daher halte ich das einfach einmal zu, beziehungsweise anscheinend wurde das Gerät zurückgesetzt. Dann sind da auch keine persönlichen Daten drauf. Und ja, dann passt das. Ich schau mal auf den Zettel. Vielleicht steht da auch irgendwas drauf. Da steht, Gerät wird von iTunes erkannt, bla bla bla. So, Gerät wurde wieder hergestellt, hat die Funktion nicht wiedergebracht. Also da hat schon jemand im Endeffekt wahrscheinlich das Teil über die Knopfdruckfunktion in den DFÜ-Mode gebracht und hat dann im Endeffekt einmal das Teil wieder hergestellt. So, Balken durchgelaufen. Ich demonstriere euch jetzt noch die Funktion. Hier, Touch funktioniert. Einrichten kann man das Gerät jetzt auch. Von daher, Reparatur erfolgreich. No-Image an einem iPhone 6s gelöst in 14 Minuten mit Video und viel Dumpf-Babbelei. Ich sehe wild aus. Ich weiß, schreibt es nicht drunter. Die Haare werden wachsen gelassen. Da gibt es auch keine Diskussionen. Der Bart kommt morgen nochmal ein Stück ab. Ich bin raus. Ciao. Euer Ben vom Apfel-Doktor in Pliss-Gastel. Seid ihr Händler? Wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Auf unsere Webseite gehen, auf den Bereich B2B gehen und den Anweisungen folgen. Danke. Ciao. Ciao.